So, angekommen bei meinem ersten Registril Raid. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, mit eurem ersten, wie viel habt ihr schon gemacht. Was aber viel interessanter ist, also erstmal da hinten, natürlich beim ersten Registril eine Menge Leute. Aber, was noch interessanter ist, okay, ich bin das erste Mal hier, aber das ist nur Teil der Wahrheit, also Teil der Story. Das Interessante ist, checkt das Video davor ab, ich habe auf dem Weg hier ein Handy gefunden. Und wer die Videos davor gesehen hat, der weiß. Moment. Ich habe vor, diese zwei Arren hier. Die zweite seht ihr nicht, das ist einmal die hier und ein bisschen weiter hinter, da wo das Labras drauf sitzt und ein bisschen hinter. Da haben wir auch gleich den X-Ray. Und die hier, die drei wollte ich auf Gold noch machen. Problem ist, der Penny ist irgendwo auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich zuerst zum Penny gegangen, um mir was zuerst zu holen, hätte ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft, um die drei Arren noch zu machen. Aber jetzt habe ich einen neuen Penny entdeckt, der auf dem Weg hier ist. Das heißt, ich kann den nutzen und hier diese drei Arren auf Gold machen. Erfreuliche Neuigkeit. Aber naja, schauen wir erstmal, wie es hier mit dem Registil läuft. Der bisher schwächste Legendärge. Ich versuche natürlich trotzdem 248 Bomben zu sammeln und mein Best auf Max zu pushen. So, ich glaube, ihr seid zu nah. So. Aha. Das wird mir ausgewählt. Was war denn nochmal? Registil. Na ja, Boden ist auf jeden Fall gut. Aber an sich... Das wird jetzt meine Machung mal sein. Komm. Hier in meinem Häuschen. Ich bin echt gespannt. Ja, ich bin richtig. Jede Mittagspause, aber es klappt schon möglich. Gleich gerne. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Achso, oder wahrscheinlich kann die Fokus nicht. Ich hab keine Ahnung, wieso Geister ausgewählt wird. Ich meine, Wasser wird auch ausgewählt. Ich weiß nicht, ob er das ausgewählt hat. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, perfekt. Ich bin erst auf dem, ja. Heute Abend. So. Ja, genau, genau. Hallo. Wir waren Besucher. Ich weiß nicht, ob er das ausgewählt geschaffen wird. Okay. Ich muss einstecken können die Regis. Da ist schon wieder ein Käfer auf der Kamera. Die Käfer sammeln sich immer auf der Kamera. Sie sagen ja nicht, dass die Linse läuft. So. Ah, weißt du, ob die Käfer nach Schnee fallen? Ja, klar. Schau mal. Schau mal. 12,92. 12,92. Hätte ich fast wieder vergessen. Ich habe noch nicht gekostet. Ich habe noch nicht gekostet. Ich habe noch einen Papier. Ich habe noch einen Papier. Ja. Das ist mein Freund hat so wie. Obwohl wir zehn sind. Ich habe noch einen Papier. Ich habe noch einen. Ich bin da. Okay. 12.92 Uhr, Leute. Mittelmäßig. Hi. Hi. Zehn Sonderbomben. Zehn Sonderbomben. Ich freue mich über meine Zehn und dann kommt die mit ihren 13. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Ich schau mal, ob er auch leicht zu fangen ist wie Regi-Eis. Oh, ich war fast wieder zu langsam. Ja, ein bisschen schneller. Gutes mit Regi-Eis-Licht. Okay, das ist Lack am Lack. Gutes mit Regi-Eis-Licht. Seht ihr am Abend wahrscheinlich. Da mache ich noch ein Fazit. Zu Regi-Eis. Ich kann schon mal das spoilern. Das licht sehr gut. Abgesehen von der Fangquote. Gutes mit Regi-Eis-Licht. Ja, der wackelt nicht mal. Aber auf jeden Fall Lack zu treffen. So. So, ich mach's. So. 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 Der ist echt stur. Der will echt nicht sein. Der will überhaupt nicht so sein. Oh nein! Neee! Richtig zickig. Der lässt mich nicht mal zappeln. Oh, Erich! Da ist er! Da ist er ja! Da ist er! Oh! Halt die checkt! Defense 15. Okay. Auf zum Mute-Rate! So! Ich habe gerade noch einen Doppel-Regi-Eis-Regi-Steel-Rate mitgenommen. So meine ich. Ich bin noch bei Regi-Eis hängen geblieben. Beide gefangen. Das heißt, die Quote momentan ist 3 von 3. Ach, deswegen ging er nicht raus. Äh, rein meine ich. Ach, der ich bin verwirrt. Deswegen ging er nicht rein. Die ganze Zeit in Ditto. Jetzt habe ich den mit Sananda gefangen. Ja, 12 Ditto-Bombons. Das ist eines der leidendsten Sachen, die passieren können. So. Auf jeden Fall, wie gesagt. Schreibt eure Erfahrungen zu Regi-Steel unten in die Kommentare. Wie liest bei euch? Habt ihr schon hunderte gefangen? Wie viel habt ihr gefangen? Wie ist die Quote? Und ich glaube, das war's von mir. Will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen, wie es so ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Und vergesst nicht. Pokémon is serious business.